so herzlich willkommen zur minecraft folge und ja das ist eine gast folge mit na na er ist er genau also soll ich auch erik oder sollen wir dich gehen ich kann mich erik erik zockt oder game master ist meine zuleggen okay dann nennen wir dich gast so ich zeige dir wo du bauen darfst ich mich geminiert ein schönes wetter draußen so gehen wir hier runter immer gehen wir hinten runter heute gehen wir mal hier runter so du kriegst das grundstück neben neben david david heißt ja oh schuldigung david wollte ich nicht sagen so hier ist ein grundstück da ist ein eingangstür und hier ist die kiste mit dem zeug drin was du brauchst also da ist mehr drin also brauchst aber zumindest auch das drin auch dass du hast gesagt hast so du hast ab jetzt dann also so ungefähr 15 bis 20 minuten und muss dann in time fertig werden okay gut was macht ein hunde ist da während dem eierschmeißen ein huhn geschlüpft ja das ist normal die die eier zerschlagen und dann gibt es da hühner so die haben gemerkt fanny kann wieder reden ist das nicht toll für alle die sich beschwert haben dass der fanny nicht mehr reden kann herrlich ich war wie paralysiert vom regen ich gehe zum feld ein bisschen abarbeiten ich muss auch noch was anderes sagen einfach nur so auch wenn ihr euch das ganz komisch kommt der freund von janik meinte wir müssten in die hölle gehen um mal ein bisschen zu kämpfen das werden wir dann tun so einfach nur so das müssen wir dahingestellt sein können wir doch machen ja machen wir auch jetzt in der folge ist doof weil jetzt der gast da ist aber in der nächsten folge machen wir das dann es wurde mir so aufgetragen ich musste das so sagen okay unsere fans ja was fans mir sagen mache ich auch manchmal manchmal nicht immer also das wird den jenigen auch viel geld kosten das weiß er schreibt er hört nichts doch immer einer dass er reconnecten soll immer selber mit ihm da muss fanny umso mehr reden hey ja finde ich klär doch mal die fans auf warum du letztes mal nicht reden konntest und dann fragen wir auch gleich mal den gast was er muss ja gerade auch so nachgängig aus krank was hast du denn um der kälte und halte schmerzen und so und bei keine ahnung das ziemlich freudig gewesen an er zum Glück ist jetzt alles wieder gut und ja das ist jetzt endlich alles vorbei und das war ich richtig schlimm ich saß belagten schon zwei drei Tage bloß im Bett und nirg naja okay ich bin die Kante war auch krank ich bin seit Mitte November krank Martin so der Stimme aber schon mit dem Husten schnupfen das geht auch echt nicht weg nun mal was wir daran und steckt sich immer gegenseitig wieder neu anbinden so 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 Erik du machst du hast du was auch jetzt besser ich gehört ja ich bin auch nicht mehr und ich bin eigentlich gar nicht so schlecht wie ich mal sagen mit 2.5 naja ich werde ich habe ich habe eigentlich habe ich habe 2.5 Abonnenten ich bin so weit weg von dir oder stinkt bis hierhin ja ich bin die Bisse zum Letzten gekommen um ja wie bin ich dazu gekommen also ein Stück eigentlich so durch zufällig wenn wir mal einfach mal aufnommen macht so Spaß ja weil ich so wie lustig fand ja ich hatte auf dem vorherkanal gehabt den Teamkanal aber an den heute mittlerweile wie gelöscht weil er irgendwie blöd war das ist nicht besser zu tun und Prozent Prozent meint das ist eigentlich hauptsächlich denn noch modern war fahrrad klein Es kommen noch viele Projekte dazu. Voll spannend. Wie alt bist du? Ich bin jetzt momentan 15 Jahre alt. Dann stimmt dein YouTube-Alter aber nicht. Ja. Ja. Ja, das ist so über... Dein YouTube-Alter. Ja, das ist ja was anderes wie das Real-Alter, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Unterschied. Ach so, und ich dachte, du hättest das gemacht, damit du auch Geld kriegst von YouTube für eine Werbung schaltest. Das kriegst du sowieso, aber... Das würdest du nicht kriegen, wenn du kein Achter bist. Ja, das muss ich mal freuen. Das habe ich nicht gedacht, also das habe ich mit so gemacht, aber das war nicht Hauptgrund. Er wollte die Videos, die auch abwarten und auch sehen. Ja, das war das, das habe ich sowieso. Ja. Ja, das ist ja eine Ausnahme. Das ist die absolute Ausnahme. Die absolute Ausnahme. Du bist ganz schön am Schleim, oder? Ja. Die stinken und Schleim, das ist nicht gut. Wie lange warst du schon Let's Base? Äh, insgesamt für schon mehrere Jahre bloß jetzt richtig, habe ich jetzt mal mal richtig gesagt, dass das jetzt wirklich man will. Erst seit einem Monat. Vorher habe ich eigentlich nur so davor hin, vom Let's Play. Mehrere Jahre. Also so zwei, zwei. Und das sagt ein 15-Jähriger, ne? Ja, ich habe zehn Jahre. Ich habe vor zwei Jahren, habe ich das, habe ich das erste Let's Play Buch geladen. Und du, Let's Play, was? Für Spiele? Hat er schon gesagt. Ich wiederhole mich ungern, aber gerne. Für dich wiederhole ich mich natürlich. Ich bin hier zu viel am Feld abbauen. Also momentan habe ich hauptsächlich Minecraft, dann habe ich noch die MonoWover 3 und ich glaube, ich hätte noch irgendein anderes Projekt. Das fällt mir aber gerade nicht ein. Vielleicht euch überm nächstes Mal dazu. So, gehen wir mal eben schlafen, es ist nachts irgendwie. Wo ist denn hier im Bett? Im Iglo. Nee, so gut, in welchen Flächen wir hinbegeben. Da sieht man, wir, dass die Leute, die bei uns mitmachen, gar gar nicht unsere Folgen gucken. Bei den Wüsten, die ich habe die Folge, ich weiß schon bloß, da unten war ich, ich habe gedacht, da wäre vielleicht auch ein Bett im Kreis. Ich sehe dich bis hochrennen, weil das ist doch schon ein kleiner Weg. Ich habe ja nicht so viel Zeit, daher muss ich das ausnutzen. Ja, ja. Nächstes Mal, wenn ihr jemand sich für die Videos hier bewirbt, da mache ich Testfragen. Was ist in Folge, nee, nun mal sage ich gar nicht, was ist in der Folge passiert, wo das was passiert ist, was da noch passiert oder sowas, frage ich dann. Oh, nee, dann kommen die Schwierigkeiten. Ja, hier macht keiner mehr mit. So, ich bin mal in die Küche. Na, wenn die Leute schlau sind, gucken sie einfach mal fix in YouTube nochmal nach und dann ist gut. Ja, genau in dem Moment. Das ist noch. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss noch mal hier Zeug wegzutieren hier. Was du machen sollst. Farb irgendwas. Bau hier was, ich weiß nicht, weil ich weiß nicht, was hier wird, das hat, glaube ich, die neue Welt gebaut. Du wollte irgendwie ein Labor hier anschließen, ich habe keine Ahnung. Du musst ja auch noch irgendwie, ähm, hier, genau, du bist ja gerade hier. Dann rennst du einfach weg, war auch gut. Was denn? Du könntest hier Wände drumherum ziehen. Das hier soll ja ein Labor werden oder irgendwie sowas. Nee. Also ich möchte mich nicht in Noels Angelegenheit und kriege da nur einen Anschiss dafür. Nee, nee, nee. Haben wir eigentlich im Lager schon irgendeines Sortiersystem, dass wir, wenn wir da was einsortieren, oder schmeißen wir einfach alles in irgendwelche Kisten? Wir haben es bloß jetzt erstmal alles nur reingeschmissen. Cool. Da ist frei, da schmeiß ich auch noch was rein. Also wir haben jetzt zwei Lager, nee, eine Holzhütte haben, da kommt jetzt ganzer Holzhütte rein. Was? Na, die andere, die ich da gebaut habe, haben wir gesagt, was machen wir denn als Holzhütte oder Holzfäller, Blarkeks. Blarkeks, achso. Ja. Na dann. Boah. Was ist denn hier? Ach, das ist Holzentwick damit. Wer macht da so viel Krach? Ich weiß es nicht. Iron Sword, Stone Sword, Sword. Was ist das denn? Goldnuggets? Ob ich die denn hier? Ich sag helle. Ja, das dachte ich mir gerade noch so. Also ich könnte mir gerade ein paar Steinschwerter noch craften, wenn wir nachher in die Hölle wollen. Wieso braucht nur Else seinen Rechner noch länger als sonst? Hm. Ist das länger als sonst? Ich weiß nicht. Der braucht immer eine Jahre. Was können wir unseren Gast noch fragen? Frag dich nochmal was. Hm, lass mal was überlegen. Anders fällt mir so viel ein. Magst du Hühner lieber tot oder lebendig? Hm, kommt drauf an, ob du jetzt in Real Life meins oder im Spiel. In Real Life. Dann lieber lebendig. Also jetzt direkt vor mir ein gegessen, natürlich tot. Wenn ich esse, dann mache ich die Tote nicht lebendig. Hier ist ein Zombie bei uns im Lager. Warum? Warum? Weil das ist mein Pilshaus. Er darf nicht in unsere Minecraft-BG mitmachen. Der Zombie? Ja. Der will sich bloß einschleimen. Was für ein Nachmacher. Gibt es eigentlich schon mal wieder neue Nachmacher von uns? Nee. Ich habe eigentlich die Tür da reingebaut. Da scheint Licht durch. Und ähm... Ich habe noch keine neue Nachammer gesehen. Okay. Okay, okay. Ich glaube, diese Folge wird extrem langweilig. Die quatschen alle nicht so ordentlich. Weil es keine Nachammer gibt? Na... Ich bin gerade wie diese Einflucht. Ja, und ich wollte die Leute mal fragen, ich könnte ja mal unterschreiben, was wir bauen sollen, weil ich weiß irgendwie in letzter Zeit nicht so viel, was wir nicht bauen könnten. Und immer nur abfahren und da und bla. Ist ja auch eine Zeit langweilig. Dann könnte ja ja vielleicht irgendwas sagen. Das war ja in der nächsten Folge, wenn der Gast nicht da ist, gehen wir ja nochmal in die Hölle. Bisschen kämpfen. Mal so eine oder zwei Folgen mal gucken. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal eine Art Turm oder sowas hier. Hier gibt es noch keinen. Okay. Haben wir schon mal jetzt was zu tun dann gleich. Also kannst du jetzt quasi, wo der Gast noch da ist, schon mal ein bisschen Materialien für den Turm fahren? Ja. Das mache ich schon, die ganze Zeit. Achso, ich fahre immer nur essen. Essen, 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 essen. Jetzt habe ich ein Feld abgearbeitet, jetzt mache ich Pilze. Wir müssen ein bisschen Eisen noch finden, ne? Denn für die nächste Folge... Eisen ist kein Problem. Ja, okay. Also für die Hölle. Ich bin ja gerade in der Flucht und da ist... Wieso, ich ziehe doch keine Rüstung an, das ist so langweilig. Vielleicht sterben wir ja mal, das wäre auch cool. Okay. Aber Schwert, da brauchen wir. Ja, Schwert, da. Ach, Noel ist ja da. Aber reden kann er irgendwie nicht hören, nicht? Doch. Achso, dann sag das doch. Ein Turm? Ein Turm. Ein Turm. Putz, ein Turm. Noel, du darfst uns da erst mal was fragen, Noel, weil du nicht da bist. Jetzt, spontan. Keine Ahnung, was ich fragen soll. Was haben wir die anderen Gäste gefragt? Das Gleiche. Ich hab dich, ich glaub, nie was gefragt. Erzähl doch einfach mal was. Ich hätte, oder wer? Ja. Oh, was soll ich denn erzählen? Wie ist das Wetter bei dir? Ja, das Wetter ist dunkel. Dunkel, was ist das für ein Wetter? Hat es schneit, schneit es schon bei dir? Oder noch nicht? Also es hat geschneit, es ist eher momentan glatt. Also wirklich, schneiden tut es nicht, es ist eher nur so ein bisschen Matschregen. Ah, okay. Bei uns ist das auch so. Oh, guten Tag. Du solltest ein bisschen eineln, du hast noch fünf Minuten und dann sind es 20 Minuten rum. Du bist noch sehr weit gekommen in deinen 15 Minuten bisher. Ich weiß nicht, ich hab eigentlich auch geplant, erst ein anderes Dach, aber jetzt mach ich das doch anders, Hast du Weizen, Russell? Ja, ganz viel im Lager, unfertiges Essen. Ach ja, und an die Gäste, ich wollte einfach nur jetzt allgemein, jetzt nicht nur für dich so, ihr könnt doch einfach mal was anderes bauen als ein Haus, weil ich meine, man kann ja auch irgendwas anderes cooles bauen. Ist ja sonst langweilig, wenn jeder immer ein Haus baut und da... Statuen, was auch immer, Türme. Ihr müsst ja bloß sagen, wenn ihr irgendwas braucht, also Wolle oder sonstiges, das würden wir ja dann alles vorher noch bereitstellen und dann könntet ihr zum Beispiel von euch selbst eine Statue bauen oder sowas und dann seid ihr wenigstens richtig verewigt. Ja. Das schafft doch keiner, eine Statue in einer Folge zu bauen. Na klar, wenn die ein Haus bauen können, dann könnt ihr auch eine Statue bauen. Du hast die Eingangsdinger weggemacht. Ich weiß, weil das besser ist, wenn man hier dann rüber geht, das wäre dann blöd, wenn dann diese Eingangsteile wären. Verstehe. Machst du noch einen Boden? Kann man jetzt hier rüber? Boden rein oder lässt das so? Ne, mach noch einen Boden, ich muss auch noch gucken, wie ich die Tür hier reinbaue, irgendwie. Naja, du machst das schon. Ich wollte nur mal vorbeigucken. Du hast noch, ja, mal so viel, habe ich schon. Ja. Intro. Hab ich, hab ich keins gemacht. Genau, das hat man nicht wahrscheinlich. Du wolltest was fragen. Ach so, genau. Ja, ich wollte auch noch fragen, ob einer von euch zum Beispiel ein Intro machen könnte. Also, ihr könnt ja, ja, ich wollte das schon. Ja, also von euch allen jetzt. Ihr könnt also, entweder du oder die Zuschauerheit macht ein Intro-Video, dann könnt ihr es ja zum Beispiel hochladen oder irgendwie privat stellen, denn oder ihr könnt es auch öffentlich machen, ist egal. Und dann schreibt ihr einfach mal unter den Kommentaren, wer das machen möchte und dann könnt ihr uns einen Link schicken oder halt, Rathamon. Fanny. 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 Hey, das ist unfair. Haben wir kein fertiges Fleischessen mehr? Also nur irgendwie Suppe und Brot oder was? Kannst du ja was von mir nehmen. Nee, das ist für die Gäste. Meines Weges. Also, ja. Die Schafe haben neues Zuhause. Ja, also. Hört auf Fanny. Mach ein Intro und schick das mir oder den Link dazu und dann... Ja, willst du eine Frage stellen? Bitte, stell dir eine Frage. Ja, ähm, wollte er ein eher neutrales Intro oder wollte er eins, was explizit auf Minecraft sich bezieht? Na, explizit auf die Minecraft-WG natürlich. Aua. Achso. Gut. Es soll halt sowas sein, weil das ja hier sowas, es soll ja so eine Art Sitcom sein oder Let's Play oder Let's Play. Also ich sehe das mir als Sitcom an, so. Und das wäre so cool als Intro. Sitcom an, aber ich hätte sagen. Sitcom an, aber ich hätte sagen. Ich stehe doch. Man sollte sich aber auf dieses Wort Sitcom jetzt nicht verschränken, das kann auch nicht schlimm werden. Das stimmt. Ja, aber schon richtig so, ne? So ungefähr. Also, es ist jetzt natürlich... Also, es ist jetzt überhaupt nicht cool, wenn das jetzt sowas ist. Wenn jetzt irgendwelche zwölfjährigen Kinder uns anschreiben und sagen, na, ich habe Intro gemacht und dann ist das Windows Movie Maker zwei Bilder zusammengestitten und ja, das ist dann eine... Nee, war das wäre ja... Ja, wegen Bildern kann ich ja noch... Theoretisch kann Wasamonia noch was verlinken, dass man sich Material unserem Video nochmal von uns holt, weil wir ja Bilder ja zum ersten Intro ja schon was haben und sicherlich noch da ein paar Bilder dazugekommen sind für die, die sie verwenden wollen. Ja. Wer weiß, was da alles rauskommt. Ja, wenn ihr jetzt nicht so irgendwie so eine 3D-Texte macht oder so. Kann ja sein, dass jemand mit Blender was macht und denn meine Bilder zum Beispiel im Hintergrund für ein Hausarmbilder so ein Zeug, das kann man ja auch unten verlinken in so eine Winzip-Datei und ja, Material einfach. Ich würde Cinema 4D benutzen. 4D. Cinema 4D-Vegas Movie Maker-After Effects. Schrägstrich ins Bett gehen. Ah, 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 okay. Verstehst du? Das ist gestorben hier. Und danach hast du noch eine Minute und dann gucken wir uns an, was du gebaut hast. Ist eigentlich schon fertig, also ihr könnt euch jetzt eigentlich schon angucken. Ne, jetzt gehen wir erst ins Bett. Ja, meine ich auch danach, denn jetzt so. Jetzt ist ja gleich. Nein! Ah, scheiße. Wieso kann ich nicht ins Bett? Ach so, jetzt kann ich nicht ins Bett. Du hättest die Tür zu machen sollen. Okay, ich glaube, du kannst nicht ins Bett kommen. So, wie es sich das anhört. Ich falle jetzt hier runter. Ich muss erst mal nach Hause kommen. Brauchst du dafür lange? Wenn ich jetzt noch einmal runterfalle, dann bin ich tot. Egal, wo ich runterfalle. Die Dirkantre ist alleine unterwegs, das ist schon immer gefährlich. Ja. Boah, diese Türen, die nerven mich, diese Falltüren. Naja. Wieso machen wir die nicht einfach weg? Hau uns ja Noel. Ach so. Ich seh dich. Oh Gott, bitte lass mich hier nach Hause finden. Ja, danke. Hm. Ja. Äh. Ich kann nicht mehr rennen, das geht nicht. Ich will nur noch. Boah, hat der Zaun hier ne bestimmte Wirkung, der hier bei der Tür ist? Ja, der bewirkt, dass du da nicht durchgehen kannst. Hm, ja, natürlich. Dass du immer nur einen Schlag aushältst. Ich esse halt nichts. Ich will meine schlanke, viereckige Figur in den Minecraft-Ball. Was? Seit wann ist dir ein Zaun? Meine Sachen. Deine Sachen liegt noch da. Ja. Ich hab mich auch schon gewundert, was soll denn der Zaun da? Ja, das musst du ja hingesetzt haben, du bist ja der letzte, der da reingegangen ist. Oh. Deswegen fehlt mir ein Zaun. Scheiße. Ja, können wir uns wenigstens alle schlafen legen. Das ist doch praktisch, ne? Alle schlafen legen. Ich hoffe, du findest das gleich wieder, wo du warst. Also, Lucantra ist beim Hausbesicht nicht dabei. Die müssen mich ihre Items wieder suchen. Installiert euch doch mal einen Minimap von Sam. Ich hab einen Minimap, nur Lucantra nicht. Der Rechner ist so schlecht. Noi. So, Lucantra geht ihre Items suchen und du zeigst uns sein Haus. Sie kann sich jetzt hinterher auf dem Video angucken. Können wir uns auch so angucken. Irgendjemand verliert das Leben. Wir haben uns gegenseitig gehauen. Achso. So, dann zeig mal dein Haus. Aua. Was soll das hier vorne sein? Dieser Wolle sollte eigentlich Glostone hin, aber ich hatte keinen Glostone. Achso, gut. Dann tauschen wir das mal irgendwann gegen Glostone aus. Ja, kein Problem. Deine restlichen Items, die du nicht gebraucht hast, tust du hier nicht rein. So. Viele gibt's wahrscheinlich nicht zu sehen, aber du hast auch nicht mal einen Wassergraben um dein Haus gezogen. Ja, das hab ich als erstes gemacht. Okay. Oben drauf sind auch Treasure Plates, damit man das Holz nicht von oben drauf sieht, das Rohholz. Die Treasure Plates sehen genauso aus, wie das Rohholz in meinem Ticksharpack. Oh, cool. Nee, da oben drauf ist das. Oh, cool. Ist das klein, aber fein. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Sieht das gar nicht aus. So groß war das Grundstück ja nur auch wieder nicht. So krieg ich mich ausbreiten. Juhu. So, alles drin. Mein Inventar ist komplett leer. Ich guck nochmal, ob in den Boxen noch was drin ist. Nee, die sind auch leer. Also, für mich sehen die Treasure Plates irgendwie genauso aus, wie das Rohholz. Ach nee, ach, du meinst da oben drauf. Okay, verstehe. Ah ja, gut. Das mach ich nämlich immer, damit man so diese Fehler da, die ich immer in den Seitenraum mach, nicht so sieht. Okay. Ja, ist doch ganz schick. Das kleinste Haus bisher von unseren Gästen, aber schick. Ja, das ist glaube ich auch das kleinste Grundstück, wenn ich das so sehe. Nee, die andere Seite. Nur eins ist größer, bis jetzt das auf dem Kopf aus. Habe ich dir kein Schild hier reingetan? Nein. Das ist ja eine Freche von mir, ne? Man macht schon Schild dran. Ja, das geht ja nur gar nicht. Warum machst du nur das Schild daran? Das geht ja eh nochmal ab. Na, dann müssen wir noch bloß so den machen. Ach so. Ah ja. Okay, dann mach ich das nochmal an. Oh, du könntest das auch da? Ja. Ich hab ihre Schritte gehört. Warte, jetzt bräuch ich mal den Namen, wo ist er denn? Ah, immer so. Reingehen. Ja, mach dir aber alle anderen. Also erst den richtigen Namen unter den Klammern, den Spielnamen. Haben wir doch immer so gemacht, ne? Das ist wirklich klein. Du wohnst gegenüber von Erik. 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 Das ist der Wahnsinn, ja. Ja. War moderner Name. Dann wende ich hier mit die Aufnahme und wir machen sowieso dann gleich weiter und ich entlasse unseren Gast an. Äh, genau. Okay, dann. So, das ist echt Tschüss. 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 Tschüss.